Das weiße auf dem Bogen. Wer weiß, nicht durcheinander rufen. Wer weiß und wer möchte raten, was das ist? Pferdehaare. Pferdehaare? Hand hoch, wer das glaubt. Hand hoch, wer das nicht glaubt. Hand hoch, wer keine Ahnung hat. Irgendwann müsste die Hand heben jetzt sein. Diese Form von der Geige, so wie sie da so ausschaut, seit wie vielen Jahren ist die schon mehr oder weniger gleich geblieben? Wer wird das mehr? 100. 100. 120. 120. Wer wird das mehr? 200. 300. 300. 300. 350. 400. 400. 400. fast 415. Die Geige stimmen tun wir normalerweise so. Das ist das, was jedes Orchester macht. Wenn ihr mal zufällig in ein Orchesterkonzert gehen würdet. Genau. Und wie heißt das? Ähm... Da geht's mit... Oh... Kleine nach kleiner. Danke, super. Kann man es wie eine Gitarre spielen? Ist eine gute Frage. Kann ich noch was spielen? Nein, noch nicht. Die kriegt's noch ein. Okulele. Okulele. Ja, wie heißt das die Okulele? Ähm... 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 Kann ich eine Biskengitarre spielen? Kann ich eine Biskengitarre spielen? Das klingt wie eine Ukulele-Biske. finde ich dann gut. Das klingt wie eine Biskengitarre spielen? Kann ich es? Ja, das klingt wie eine Biskenghilfe. Ja, das ist... Das klingt wie eine Biskengitarre. Das klingt wie eine Biskengarte. oder? Wenn ihr müde ich mit einer Biskengkurie schneiden? Das klingt wie eine Biskengarte. Und wir haben sie nur noch da ein. Und wenn ihr das klingt wie eine Biskengarte. Und wir sind Neserl. Het klingt wie eine Biskengarte ist, du bist die Wirkliche. Also ich muss noch ein bisschen hoch spielen. Oder was Grafisches. Schatz, Andrea. So wie ich lange sein kann. Und man kann auch schon spielen. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Ok Ok Super leichter, der Refrain Das war's. 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 Das war's.